Hallo, ich bin Veronika. Wir sind aus Clip Club von Köln und wir haben einen Adapter entwickelt. Das ist eine schöne Alternative für Klickpedale. Man muss nichts schleppen, dann schnallt man sich auf die Schuhe. Genau hier kann man sehen, wir haben zwei Varianten und damit sind wir kompatibel mit allen Klickpedalen auf dem Markt. Man kann sich einfach mit den Schuhen natürlich, aber so einklicken, ist man ganz fest und dann kann man sich ausklicken wieder. Man muss so praktisch, komfortabel für Alltags-Bipacking-Tours, Spinning, Liegefahrräder auch. Hier haben wir unsere zwei Modelle mit drei Löchern und mit zwei Löchern und damit sind wir kompatibel mit fast allen gängigen Klickpedalen auf den Markt. Man muss nur sich entscheiden, ob man Lust hat oder nicht und dann zack, ganz praktisch. Ja. Alles klar, Dankeschön. Gerne. Musik 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 Musik